Mein Name ist Ralf Bönnemann, ich bin Asset Manager bei Goodman. Wir befinden uns hier in der Halle von Rexel in Leipzig, weil Rexel ein wichtiger strategischer Partner für uns ist, um unsere Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Wir haben ein gleiches Verständnis, was das Thema Sustainability angeht. Hier werden Solar Panels für PV-Anlagen, aber auch Batterien gelagert und es freut uns sehr, dass wir hier in diesem Objekt auch EV-Charging anbieten können. Zukünftig für unseren Mieter ferner haben wir Bienenstöcke im Rahmen der Biodiversität angesiedelt und versuchen auch das Thema Energieeinsparnis zu berücksichtigen, um hier LED anzusiedeln. Wir freuen uns mit Rexel einen starken Partner zur Umsetzung unserer Nachhaltigkeitsziele zu haben und auch bundesweit mit Rexel zusammenzuarbeiten. Wir freuen uns sehr, mit Goodman einen erfolgreichen Partner an unserer Seite zu haben, mit dem wir in die Zukunft blicken, PV hier in der neuen Halle für erneuerbare Energien vertreiben können und unter anderem auch Ladestationen für ganz Deutschland zur Verfügung zu stellen. Und für dieses Vorhaben ist Goodman unser perfekter Partner an unserer Seite. Untertitelung des ZDF für funk, 2017